Norddeutscher Rundfunk 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 Herzlich willkommen auf dem Flughafen London City, meine Damen und Herren. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir die endgültige Parkposition erreicht haben und auch die Anschneidzeichen im Balken dann erloschen sind. Frau Kapitän Bersack und die Besatzung danken Ihnen, dass Sie sich für diesen Lufthansa Starlines Flug entschieden haben. Wir wünschen Ihnen jetzt einen schönen Abend. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Welcome to London City Airport, ladies and gentlemen. Please remain seated with your seatbelts fastened. Asher we have reached our final parking position at the fastened seatbelt sign in Sebastian Spitzdorf. Herr Kapitän Bersack, entisch gut, danke Ihnen für die Lufthansa Starlines Flug. Have a nice evening, thank you and bye-bye. Meine Damen und Herren, bitte öffnen Sie dann auch die Stauffächer über den Sitzen vorsichtig, damit keine Gegenstände herausfallen können. Und schauen Sie bitte auch noch einmal in Ihre Sitztaschen, um sicherzugeben, dass Sie keine persönlichen Gegenstände oder Wertsachen vergessen haben. Und die lokale Uhrzeit ist jetzt fünf nach halb fünf. Ladies and gentlemen, please open the winds above your seats later on carefully in order to avoid objects falling out. And please check your seatpockets to ensure that you do not forget any personal items or valuables. And the local time is 25 to 5 p.m. And then how we start for a nice evening stay up here. Let's go. And diese Schmöcker-A-Verradualk Camp is in the habe ich best concerned here. They won tä späckern. In originalIm oren haben wir arbeiten. now one day is Picasso-y based off want of LudmNIE� m?! And then how we wrap these steps up, finally get in condition. если eine R crookedrefieldü zrobi adjournigne欸 it. Das ist gut. Finally we're here, all those are Barclays.